Hallo, und zwar, ihr habt es gesehen, heute machen wir einen leckeren Kuchen mit Kirschen, mit Streuseln, mit Schoki und mit so einer Quarkfüllung. Und ich habe hier erstmal jetzt nur die Zutaten für unsere Streusel, beziehungsweise den Boden. Machen wir die erst und dann machen wir die Füllung. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Und zwar, ich benutze wieder die kleine Springform. Und dafür brauchen wir, also für die Streusel, beziehungsweise Streusel und der Boden ist es ja zugleich, 100 Gramm Mehl, dann ein Teelöffel Backpulver, so 7 Gramm Backkakao, dann 40 Gramm Zucker und 80 Gramm Butter. Und das machen wir jetzt. Und zwar, da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, außer alles rein in die Schüssel. Und dann einfach zu Streuseln verkneten. Und wenn wir das dann so weit haben, hier haben wir jetzt unsere Streusel, können wir so die bisschen mehr wie die Hälfte vom Teig in die Schüssel geben. Oder in die Form, besser gesagt. Ich glaube, das mache ich so. Und jetzt einfach schön Boden drücken. So, jetzt haben wir hier die Zutaten, die wir sonst noch brauchen. Und zwar, das sind einmal Kirschen. Ich habe da jetzt, glaube ich, so ein halbes Glas. Aber ich gucke einfach, wie viel ich brauche. Also da würde ich einfach nach Belieben gehen. Dann brauchen wir 40 Gramm Butter, 50 Gramm Zucker da hinten, dann ein Päckchen Vanillezucker, dann etwas Zitronenschalenabrieb, zwei Eier, die habe ich hier auch schon getrennt. Dann 150 Gramm Quark. Dann brauchen wir noch 10 Gramm Stärke und ein Esslöffel Grieß. Etwas Salz und dann einfach noch Schokotropfen. Und das war's. Und zwar fangen wir mal an, einfach mit dem Eiweiß. Da geben wir einfach eine Prise Salz dazu. Und dann können wir erst mal Eiweiß steif schlagen. Wenn wir das dann gemacht haben, können wir die Eigelb hier in unsere Schüssel geben, dann Butter dazu, dann den Zucker und Vanillezucker. Und das Ganze erst mal schön verrühren. Wenn wir das dann haben, können wir die Stärke und den Grieß dazugeben. Und den Quark. Zack. Und Zitronenabrieb. Und das Ganze erst mal wieder verrühren. Und jetzt können wir dann eigentlich auch schon nach Belieben die Schokotropfen oder Tropfen dazugeben. Ich glaube, das reicht. Und Eischnee unterheben. Und jetzt schichten wir das einfach schon zusammen. Unseren Boden haben wir ja schon. Dann geben wir jetzt hier unsere Quarkmasse dazu. Dann können wir die Kirschen dazugeben. Wie gesagt, das ist halt auch wieder Geschmackssache. Musst ihr einfach jetzt mal so reinblöpfen, dass sie sich so ein bisschen reindrücken. Und dann zu guter Letzt kommen dann unsere Streusel drauf. Und jetzt kann das Ganze ab in den Ofen. So, und schon sind wir wieder fertig. Also der Kuchen war jetzt bei mir so 70 Minuten im Ofen. Allerdings nach einer halben Stunde habe ich dann etwas Alufolie drüber gelegt. Sonst würde da oben zu dunkel werden. Aber ansonsten gibt es nichts zu sagen. Der ist eigentlich echt total einfach. Schmeckt total gut. Und ich zeige ihn euch wie immer aus der Nähe. So sieht das Ganze von nahem aus. Hier ist der Rest. Dann macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.